Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe wieder ein Unpacking. Diesmal sieht das Paket etwas anders aus und irgendwie ist meine Kamera gerade schief, habe ich das Gefühl. Moment. Naja, hier macht es nicht. Ja, es sieht anders aus, einfach aus dem Grund, weil es kein Bild ist. Sollte es zumindest nicht. Das fühlt sich auch nicht so an. Es ist schon offen. Es hat schon irgendwie immer reingepikst. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es nämlich mein Buch, was ich bestellt habe. Jawohl, mein Colorbook. Wo ich dann schön meine ganzen Farben einkälen kann. Und natürlich muss ich das auch in zwei Videos machen. Also es geht nicht, dass ich das in ein Video mache, weil da geht man ja eine Woche flöten. Nein, wir machen das schön getrennt. Wie ich euch ja mal in einem anderen Video gesagt habe, werden wir das definitiv zusammen machen. Ui, was ist das denn? Gibt es Aufkleber und Was ist das denn? Das ist bestimmt das Band. Ui, das ist aber schön. Dankeschön. So. Ui, ja, 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 ja. Auf alle Fälle habe ich das Buch gekauft. Bei ZHDAR Ja, offiziell Stroh. Ähm, es ist eigentlich für ein Square-True gedacht. Aber ich denke mal, das wird hier... Das ist scheißegal. Hier klebe ich die Dinger hin. Oh, da steht sogar da, wie es heißt. Das finde ich ja. Das ist sogar eine Leinwand. Das ist so cool gemacht. Psst, ich drehe Video. Ruhe. Wünsch. Die Nummern. Hier ist Platz zum Kleben. Alter. Körper. Und hier stehen die Namen da, wie die Farben heißen. Das ist cool. Und so geht es halt über alle Farben. Also ich habe schon einige da, aber wenn ich das hier so sehe, habe ich noch lange nicht alle. Das ist ja richtig cool gemacht. Das ist richtig gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Und dafür ist wahrscheinlich das Klebeband, das passt wahrscheinlich genau in diese... Nee, nicht ganz. Schade. Aber das könnte ich... Doch, so passt das rein. Als wenn ich das so hier reinklebe. Tatsächlich muss ich das doppelseitig. Ja. Man muss das halt immer wieder zukleben. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe mir selber eins gebaut. Das kann ich euch ja mal kurz zeigen. Oh, nein. Ausgefallen. Selber gebastelt. Lose Zettel. Total toll. Ich hasse es. Aber es ist ungefähr genau das Gleiche. Nur halt selbst gebastelt. So. Ja, so sieht meins aus. Weil ich wollte einfach einen Überblick haben. Ach hier, Katze. Furchtbar. Genau deswegen will ich das so nicht mehr machen. Einen Überblick haben, was es vor Farben gibt. Was ich denn schon habe. Wofür ich noch meine Gläser brauche. Und wenn ich das hier schon so sehe, dann ist es einiges. Ich sehe mal einen kleinen Überblick bloß, was ich habe vor Farben. Nicht wirklich viele. Aber... Hier ist schon ein Steinchen abgegangen. Hier geht gleich der nächste. Das ist in Ordnung. Hier rein. Sammelkiste. Und das wollte ich halt so nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich die Steine benutzen, die hier drauf sind. Weil das ist mir einfach zu schade, die wegzuschmeißen. Stellenweise habe ich bloß wirklich gerade so die Steine zusammengekriegt. Und da werde ich die bestimmt benutzen. Dann werden wir das mal zusammen machen. Ich weiß noch nicht, was ich dazu... Ob ich dann bloß Musik einspiele und das so nebenbei klebe. Oder ob wir das dann immer mal wieder machen. Ich finde es auf alle Fälle cool, dass das auch richtig Leinwand ist. Das ist richtig cool. Ne, das gefällt mir. Hab ich euch gesagt, was ich dafür bezahlt habe? Ne. Auf alle Fälle. Passt auf. Geht weiter. Also dieses Colorbuch ist eigentlich, wie gesagt, in Scrap Trill bestellt. Aber es ist scheißegal. Wie man sieht. Auf hier. Und ich habe es am 11.02. bestellt. Und es kam gestern an. Also ich drehe das Video jetzt genau nach dem anderen Unpacking. Werde es aber so hochladen, dass jede Woche ein Unpacking kommt. Also. Doch nichts. Ganz nicht aktuell. Auf alle Fälle kam es gestern. Gestern war der 9. Der 9.3. Verhältnismäßig in Ordnung. Also dafür, dass es wirklich aus China kommt. Oder was weiß ich. Von Boasiens Gedöns da drüben. Ist das völlig in Ordnung. Bezahlt habe ich 9,97 Euro. Also 10 Euro. Und ja, mir gefällt es. Also es ist schön. Es wird wahrscheinlich ein scheiße Hundebuck schwer. Aber ja. Beige-Grau. 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 Cranberry, 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 Cranberry. Halleluja. Aber tausend verschiedene Nuancen. Himmel. Es gibt schon richtig geile Formen. Also muss ich sagen. Ja gut, Black ist Black, oder? Black ist Black. Black gibt es bloß einmal. Und wie heißt die andere, die man immer hat? 900. Ich glaube nicht dort. 939. 939. Ist hier. Das ist ein Navy Blue. VY Decker. Was das heißt, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht weiß es einer von euch. Vielleicht sind es bloß die Nuancen davon. Oder ich. Auf alle Falle weiß ich, dass es verschiedene sind. So weit, so gut. Und dann gibt es die schöne Stickers dazu. Und die Stickers, naja gut. Also das sehen alles wie für ein Kind. Aber ja, ist ja Humbug. So. Und das gefällt mir richtig gut. Also ich weiß nicht, auf so einen Spittel stelle ich total. Das werde ich mir bestimmt an mein Stativ machen oder irgendwo hin. Das gefällt mir so dermaßen gut. Obwohl Stativ ist doof, da spielen die Katzen damit. Ja. Ja. Und mal. Ha. Toll. Genau. Und das werden wir dann mal zusammen machen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Vielleicht setze ich mich dann morgen mal hin. Ich tue morgen einfach mal wieder eine Runde painten. Mal ein Stündchen. Damit ich einfach vorwärts komme mit meinem Bild. Hm. Dann gucken wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein liebes Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Unpacking. Tschüss. Tschüss.